dann sparen wir uns nämlich hier die materialien reife fast hatte ich jetzt gemacht genau normales fast wollte ich noch mal machen gibt es irgendwas eigentlich was hier den vorgang zeit ersparnis im arbeitsbereich wir müssen noch mal so einbauen da der bereich natürlich jetzt größer ist ne dauert es auch dementsprechend ein bisschen länger dann müssen wir noch mal schauen wie wir das mit der umgestaltung machen so fast einmal bitte das fass ich nicht dann könnten wir auch im gleichen atemzug wenn wir genau die einen sachen haben wir bestellt hier bräuchten wir noch mal stickman sticks und halt die nägel dafür die sind ja gerade noch in herstellung gut ich würde sagen da das noch gerade in der herstellung ist ne machen wir noch mal auf ja das kapiere ich nicht hier lagerbier mit einem scheiß frucht könnten wir machen was auch mal stehen weg hopfig können wir machen frucht könnten wir machen hopfig und ja ja ok modifikaner hopfig hopfig müssen wir einfach noch ich glaube wir haben wir noch normalen hopfen ich glaube wir haben einmal bitter hopfen oder war das doppel hopfen ich weiß nicht mehr hopfig ne so zack zack tatsche t ja aber der ist zu viel in der müssten wir möhrenfleisch das ist zu viel in der in der herstellung das ist zu viel in der herstellung deswegen wir bleiben ruhig mal mit der suppe ne so zack und zack machen wir mal so beauty dann können wir hier noch mal eben das reinschmeißen das reife fast kann ich nach unten bringen ok wir machen anscheinend noch nicht auf ok ja dann machen wir heute mal einen chilligen machen wir heute mal so b i zack zack und das kann nämlich dann hier drauf ich würde gerne noch weil mit den drei das macht keinen sinn wir sollten und weißt du wie ich das jetzt mache ich kaufe mir die jetzt einfach ich kaufe mir jetzt eine kleine kiste kiste so kleine kiste zack wenn wir können mal gucken was wir in der landwirtschaft machen können ich würde auf jeden fall gerne noch mal bananensamen finde ich auch sehr gut gersten können und drei silber kosten die schon oder was heißt schon ne kartoffel karotten lauch rosmarin salbei wacholde 38 pfennige nehmen wir doch da mal ein paar mit warum nicht machen wir mal 100 stück kommen weil wir es können ich weiß nicht was für aber dann haben wir es wenigstens ne ich weiß halt nicht welche welche zutat das dann im endeffekt bringt zutat so zwiebelsamen machen wir vielleicht noch mal 20 zucchini tiermin tomaten rote trauben was gibt was ist denn zitrich zitrus was gibt denn zitrus das das wäre natürlich auch noch mal geil zu wissen ne zitrus ist echt so ich nehme noch mal gerste mit kommen gerstenkörner brauchen war da mache ich auch mal 30 dann mache ich auch mal 30 doppel hopfen manchmal zehn für spiel bitte auf von mir auch noch mal zehn ja dann haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was ausgegeben warum hopfen kommen wir auch noch mal wir auch noch mal zehn ok kaufen gut 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 hat die skyrim musik ne mein herz blutet mein herz blutet für diese musik für diese nostalgie die sie uns schenkt ach ist das schön so dann das den auftrag ja sehr schön so ich kann noch mal ich kann noch mal dings talente dann will ich hier einfach machen wir sind halt ihr hier eh bald durch haben wir noch mit ein ne ok sowas hatten wir hier ein kleintisch hatten wir jetzt nein hatten wir jetzt das fast bekommen genau der kommt mal hier hin gut 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 ok pass auf jetzt muss man kurz mal ein bisschen improvisieren dann machen wir dich mal vielleicht hier hin dich machen wir hier hin so dich machen wir hier hin dann kommst du hier hin und du kommst noch mal hier hin ne ja das ist natürlich jetzt ein bisschen hier belastend ne dass das so aussieht dann machen wir doch den hier hier hinten ist ein bisschen dunkel ne hier hinten ist halt ein bisschen dunkel bestellung geliefert ja wir können mal eben gucken am 1 20 also in vier tagen gut am 1 20 so bestellung ist angekommen sehr sehr schön so das ist ja für den raum oben das ist für den raum oben ähm das ist für die kneipe ah ja ich hab nur eine bank bestellt ne ja mist so die packe ich mal hier hin dich packe ich mal hier hin und dich packe ich mal hier hin ähm so ciao dann können wir nämlich jetzt hier einmal du kommst hier erstmal weg dann kommst du dafür dahin ähm wo könnten wir denn noch ein blümchen mal hinstellen hier so eine mitte so dass da da ein blümchen so steht ja sieht ein bisschen sieht ein bisschen einsam und verloren aus ne sieht ein bisschen einsam und verloren aus ganz ehrlich der kaktus ne der nervt mich pass auf ciao ähm ich pack dich mal ich pack dich mal hier hin so okay ganz ehrlich den kaktus kommen wir da oben in das Gästezimmer gerade rein ja es ist so da kommst du nämlich auch hier hin haben die eigentlich auch komfort dann ja stimmt je besser die sich wohl fühlen ne stimmt ähm warte mal wir haben ja noch ja ich hau jetzt natürlich alles äh Geld auf den Kopf ne aber ja ne müssen wir auch mal zwischendurch wir müssen ja auch ein bisschen investieren so die 40 behalte ich mal falls ich nochmal nachfüllen muss ähm obwohl das Geld behalte ich mal ich schau mal ob ich es gleich so herstellen kann so Steinwerkstatt juhu okay pass auf dann Steinwerkstatt zack zack okay wer hätte das gedacht ja dann einmal weg hier ciao ja das lohnt sich nicht mehr gleich die Kneipe aufzumachen ne wir sind hier sowieso noch gerade ein bisschen beschäftigt deswegen fuck it so zack und dann kann ich dich nämlich hier rausnehmen schon mal und kann dich auch wir brauchen noch ein paar Fackeln die müssen wir herstellen ähm lalalala so obwohl Fackeln hatten wir drin ne warte Fackeln hatten wir ja hier drin gut dann kommt hier nochmal ne Fackel hin hier kommt nochmal ne Fackel hin die Truhe ähm ja die ist hier natürlich ein bisschen verloren dann kommst du einfach mal hier hin der Tisch kommt mal ein bisschen mehr hier in die Mitte ähm dat Dingen ja das können wir nur so drehen ne äh schnarch komm die mach ich hier direkt daneben na komm machen wir ein bisschen so hier ne ja machen wir das doch nochmal so okay dann bräuchten wir nur noch nochmal ne Säge Sägemühle die Frage ist wo kann man die denn nochmal herstellen hier auf jeden Fall nicht hier auch nicht Holzzaun ja hier auch nicht wo kann ich denn nochmal ne Sägemühle herstellen sag doch mal hier nicht hier das würde ich gerne herstellen dafür bräuchten wir auf jeden Fall noch ein paar noch ein paar Nägel ne dann mach ich mir hier nochmal die Nägel voll ähm Sägemühle ah vielleicht hier wahrscheinlich ne ja okay nächstes Ziel Sägemühle nächstes Ziel Sägemühle boah drei kostet der bereitet hochprozentigen Alkohol zu ja den müssen wir auch nochmal bauen äh nächstes Ziel ist Sägemühle ja okay dann lass uns mal pennen gehen das lohnt sich jetzt nicht noch die Kneipe aufzumachen ähm diese aha esoterische Kerzen Verbrauchsgegenstand nur für Rituale verwenden Halloween Event ah geil Komfort 3 und wie viel 2 nice mega gut tschüss gib hin Junge ähm dann haben wir einmal hier das ähm das können wir schon mal gleich mal direkt abgeben genau hopfig und Kopfsalat ähm ja der sollte morgen ready sein ne nein obwohl ist auch mal angenehm aber gut äh haben wir noch die Sachen die wir reinschmeißen können nein wir müssten aber morgen ja wir müssten theoretisch jetzt erstmal ne erstmal wieder aufmachen und einnehmen das sollten wir machen so nein Bett machen und trinken clear 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 so was ich jetzt erst eben schaue bevor ich aufmache ähm klar die Sachen sind draußen noch am rödeln so ähm die kann ich nicht rausziehen ne so kleine Kiste da gut ähm ja fertig sehr sehr gut hallo danke 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 dann können wir das nämlich auch gleich machen dann können wir die Quest nämlich auch schon mal abgeben so pass auf Wacholder wow okay wow ähm das ist ne Menge das ist ne ziemliche Menge so lalala ich mach mal so ne passiert ja nix so lalalalalalala ein passiert ja nix okay achso ich kann auch einfach den machen das find ich sehr gut so ja so so das blöde ist ich würde hier halt gerne echt ein Feld hinbauen aber du hast hier halt immer diese blöden Steine im Weg ne das ist halt so ja nicht geil das ist halt echt nicht geil äh wenn nicht müssen wir halt den Stein okay dann fuck was auf den ähm dann hier rum machen und dann kommt ja hier lange Zeit erstmal nichts bis hier hin ne dann haben wir hier vorne da müssen wir halt nicht immer runter rennen wir haben ja unten hatten wir ja auch noch ein Feld gemacht äh für die Bäume extra da packe ich jetzt auch noch ein paar weil Wacholderdinger rein alles andere mach ich oben da würde ich dann ja wir müssen gucken nein ach egal ich lass den jetzt da drin ne okay hier geht's nicht aber hier wieder oh wenn der zu schnell rüber geht ne das ist mega nervig ich kann auch hier erstmal einfach stehen bleiben ne so ja ja egal egal wir werden nicht alle unterkriegen aber hey so das wünsche ich mir auch fürs Pflanzen ne also fürs normale Pflanzen gut komm ich bin grad hier dann kann ich nämlich da unten auch nochmal die Kohle mitnehmen ja ja weil das Ding ist nämlich ähm ja die einen Sachen können wir noch pflanzen aber dann müssen wir echt die Kneipe aufmachen damit wir wieder ins Plus kommen dann machen wir heute ein bisschen Kneipentag so achso das hatten wir ja schon gut äh so und dann einmal zack und dann einmal zack und zack das ist mir erstmal wichtiger als diese Hopfen hier so dann einmal lalalalalalalalalalalala ja guck mal das passt glaube ich vom Feld her ne und dann hier ja guck dann können wir und davon hatten wir jeweils äh 10 ne ja mega gut als hätte ich es geahnt als hätte ich es geahnt so jetzt muss ich nur aufpassen dass ich hier nicht ne aber funktioniert okay das haben wir geplantet dann schau ich nochmal hier zack und zack und zack ähm ja ich mach hier nochmal der soll nochmal hier Holz machen Komfort 7 ja Holzlegel alles was mit Holzlegel zu tun das ist immer so nja 8 machen wir mal hier die Äxte let's go ne für das Gästezimmer dann später okay ich nehm noch ich nehm nochmal eben kurz die Steine mit die nehm ich nochmal kurz mit so ich muss mal kurz eben gucken warte mal ähm ähm äh ne warte mal ähm das ist natürlich äh äh so ähm ähm und dann hier ja okay dann passt das ne vor allem keine Lofi Musik hier keine Lofi Musik ähm genau pass auf bevor ich jetzt die eine Quest abgebe obwohl wir könnten gucken ob wir neue haben ne so zack Modifikator Hühnerfleisch kriegen wir hin gefülltes Huhn kriegen wir auch hin gefülltes Huhn haben wir ah Mist haben wir die schon verkauft ah Kaka hatten wir die schon verkauft ja Mist gut macht aber nichts macht rein gar nichts rein ja nichts ähm wir haben hier jetzt noch eine Kiste zu vergeben wo ist sie da und die stelle ich jetzt einfach mal einfach hier hinten hin dann können wir nämlich die Sachen vom Bier ne das zum Beispiel und das zum Beispiel können wir erstmal da reinschmeißen dass wir das erstmal ein bisschen sammeln bevor wir jetzt immer hier drei Stück reinpacken macht halt wenig Sinn gut einmal gefülltes Huhn dann einmal einen Fisch mit dem lieben Kopfsalat so in das kann ich schon mal gucken 154 Erntemenge machen wir und dann machen wir hier ne aufräumen gut das braucht noch ein bisschen ich würde sagen wir können aufmachen let's go obwohl ne warte mal ne warte mal warte mal ähm ja der kommt jetzt eben ähm genau das kriegen wir hin das kriegen wir hin ja pass auf ähm ich warte nochmal ich mach nochmal hier ne ich warte nochmal hier dann können wir nämlich nochmal das Hühnerfleisch machen den Eintopf mit dem Hühnerfleisch und dann können wir alle drei Quests auf einmal abgeben und dann machen wir direkt die Putzgeschwindigkeit und dann können wir aufmachen ja dann machen wir halt ein bisschen später auf aber ganz ehrlich scheiß was drauf so werd fertig hier kann man aber nix bauen was irgendwie schneller geht ne so Hühnerfleisch ab dafür ähm das lassen wir hier können wir da brauchen wir nochmal sowas so ne dass wir hier mal ein bisschen die Sachen auf Vordermann kriegen hier können wir nix machen ok hat er überhaupt keinen Brennstoff ok pass auf ich mach mal 100 Brennstoff hier rein ne dann ist das auch erledigt weil dann müssten wir wenn wir 70 haben die eine ist 40 haben wir 110 und die andere war glaube ich auch ja könnte knapp werden ne mit 150 gut das war noch ein bisschen ich geb schon mal die einen Quest ab lalalalalala so einmal hier einmal hier zack zack und das nehm ich auch nochmal mit Modifikatoren süß hm ist die Frage haben wir irgendwas süßes fruchtig 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 ist alles fruchtig ne Gemüse Gemüse Kräuter fruchtig ja nichts davon ist süß leider ach ja Honig obwohl Honig ich glaube das zählt nicht als süß oder egal ich bestelle einfach mal Honig komm ähm braun nein hier Honig äh mach mal 5 mach mal 5 sonst Gerste Blumenkohl 4 sich roher Fisch vielleicht nehm ich nochmal 5 Fische mit 5 sage ich Zucker sehr süß da nehm ich nochmal Zucker mit Zutat Honig Zutat sehr süß Zutat 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 Kraut Zutat Gemüse Zutat Gemüse weil das könnte nämlich das süße sein ne weil wir hatten mal dass äh Honig nur die Zutat Honig ist und Honig nicht die Zutat süß ist was mir alles äh einerlei ist aber gut gut dann können wir das nämlich auch abgeben und dann können wir aufmachen und die Putzgeschwindigkeit dann nochmal hochdrosseln so zack dann schauen wir mal wie viel haben wir ja passt mega gut gut jetzt brauchen wir 300 da müssen wir ein paar mehr Quests machen aber wir haben jetzt schon mal alles auf Level 4 das ist sehr sehr gut gut dann nochmal ein bisschen vorbereiten das kann ich auch nochmal mitnehmen ne spart ja morgen wieder neu aber dann haben wir es schon mal dann haben wir es schon mal wieder abgeerntet du 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 okay da wir gerade schon draußen sind ich mache nochmal kurz meinen Rundgang da war noch Fasern sonst haben wir hier nichts gehabt ne doch hier unten. Pass auf. Dann nehme ich die nochmal, dann bringe ich die nochmal nach oben. Dann haben die nämlich mehr Komfort und zahlen uns gleichzeitig mehr Geld. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier, wie gesagt, das muss ich rausnehmen und dann, ne. So, dann würde ich sagen die dekorativen Äxte. Du kommst dann einfach mal hier übers Bett und die Äxte. Ne. So. Komfort 10. Sehr schön. Bett, Licht, Stuhl, Tisch. Okay. Tschüss. Gibt die Spinnenwebe eigentlich auch Komfort? Ich frage nur, ne. Ich frage nur. Okay. Gefüllte Huhn und so, das schmeiße ich mal hier mit rein. Obwohl wir brauchen da immer 20 von, ne. Können wir theoretisch auch mit verkaufen, ne. Ja, die können wir mit theoretisch verkaufen. So, tschüss. Und dann bringe ich nochmal den Salat weg. Ich will nochmal kurz ein bisschen aufräumen, ne. Dann können wir aufmachen. So, zack. Und einmal hier, zack. Dann kannst du nämlich das machen und dann kannst du nämlich wieder gleichzeitig das machen. So, Salat. Die pflanzlichen Fasern. Die Kräuter. Okay. Äh, die Kräuter sag ich schon. So, mal ein bisschen aufräumen hier. Mein Gott. Gut, wir können aufmachen, ne. So, let's go. So, let's go.